Hallo, hier ist Swings mit einem informativen Video und ich klinge so begeistert, weil ich das hier schon zum Ich hab nicht mehr mitgezählt, wieviel Male aufnehme. Es ist abends, ich habe Überstunden gemacht, ich habe eine Dienstbesprechung hinter mir und eigentlich will ich euch nicht, das soll kein Gejammer sein, das ist nur die Erklärung dafür, warum ihr vielleicht ein bisschen suchen müsst, bis ihr hier die Informationen bekommt. Deswegen will ich euch das erste ersparen und sagen, nächster Stream, ihr habt es hier in dem Video wahrscheinlich auch gesehen und im Header von YouTube, 12.03.2021, 18 Uhr. Ja, wenn euch das zu lange dauert, ich werde im Chat sein von Tika Wanderloh, habe ich euch verlinkt unten den Kanal auf Twitch wahrscheinlich, denn diesen Freitag werde ich zwar nicht da sein, das heißt, ich werde nicht chatten, äh, ich werde nicht streamen können, chatten werde ich schon, das erkläre ich gleich, ähm, weil ich dort, wo ich alle zwei Wochen bin, keinen streamingfähigen Rechner, vor allem keine streamingfähige Leitung habe. Das heißt, ich kann schon streamen, aber halt nur als Nutzer und nicht als Anbieter, ähm, die Uploadrate, rate, rate, ich uploadrate, ist dann nämlich grau und halft. Yes. Wer eben trotzdem so ein bisschen Interaktion haben möchte, ich werde im Chat sein bei Tika Wanderloh, äh, wenn sie Contradiction streamt. Das ist ein Spiel, das mich total gehuckt hat, weil es hat Story, es ist ein Krimi, es ist ein Rätsel, ich liebe Rätsel, ich liebe Cutscenes, ich liebe, mh, ins Trashige gehendes Overacting. Ja, das ist, es ist nicht ganz, es ist nicht kompletter Trash, es ist nicht so, hey, wieso liegt hier eigentlich Stroh? Oh, ich weiß nicht. Bitte kombiniert euch diese Szene, wenn ihr sie kennt, selbst zurecht. Ähm, es ist halt einfach, ihr werdet es sehen, wenn ihr es anguckt, vielleicht kennt ihr Contradiction auch schon, und es macht halt sehr, sehr, sehr viel Spaß, äh, mitzumachen und weil ich selber Krimis schreibe, es ist halt einfach, es ist, es ist wunderbar. Es macht einfach, also, ich sitze jedes Mal davor und denke mir, so, eigentlich müssten wir sowas vielleicht mal zusammen miteinander auf dem Kanal selber schreiben und gucken, ob irgendjemand Lust hätte, das als Spiel umzusetzen. Aber da wir ja gerade nicht mal genug Zeit haben, um regelmäßig zu streamen, würde ich sagen, wir sparen uns das auf, bis wir genug Zeit haben, äh, um das mal miteinander anzugehen. Das fände ich sehr lustig. Wir könnten ja so ein, äh, ein bisschen sparsames Set nehmen, sparsame Schauspieler, äh, die Dialoge sind trotzdem super, weil wir schreiben sie ja zusammen, ja, darauf bilden wir uns jetzt einfach mal was ein. Ich glaube, das wäre lustig. Dann lassen wir es von irgendwelchen Leuten, die Englisch können, noch übersetzen und schicken das an das Studio. Und weil wir auf Sparsamkeit geachtet haben, werden die es einfach so mit Kusshand nehmen und umsetzen. Ja, von solchen Dingen träume ich dann eben nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Das ist ein Widerspruch, weil man träumt, okay, dann ist es ein Tagtraum, oder? Wenn man nicht schläft und dann träumt. Ja, gut. Ihr seht meine Gedankenfransen hier schon wieder aus. Vielleicht bin ich auch unterzuckert oder so. Kann nicht sein. Ich habe einen Kinderriegel und einen Hanuta-Riegel, Hashtag Werbung, für die ich nichts bekomme, gegessen bei der Dienstbesprechung. Kann natürlich sein, dass mein Zucker jetzt komplett in den Keller gegangen ist, deswegen. Ja, ernährungspsychologische Überlegungen. Eigentlich wollte ich mich von euch verabschieden. Ja, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns im Chat bei Tika Wanderloh. Wenn ihr wissen wollt, wann sie online geht, einfach ein Follow da lassen. Tut nicht weh, weil ich habe keinen Plan. Ich glaube, sie hat selber noch keinen Plan. Es ist alles noch sehr spontan. Wir haben irgendwie Montag mal spontan gestreamt. Da musste ich nämlich, weil es noch möglich war, erst um zwölf zur Arbeit, weil ich noch tausend Überstunden hatte. Und dann haben wir einfach mal eineinhalb Stunden Contradiction gezockt. Und ich habe ihren Chat zugespammt mit Dingen. Weil man kann wunderbar mitraten. Vor allem, wenn man das Spiel noch nicht kennt. Das ist dann auch kein Backseat-Gaming, wurde mir erklärt, weil ich mir zwischendurch Sorgen gemacht habe. Weil eigentlich wollen wir kein Backseat-Gaming haben. Sondern es ist einfach mitraten. Es macht einfach nur sehr, sehr viel Spaß und sehr viel Laune. Und es ist einfach nur toll. Es ist wunderbar. Es sollte mehr solche Spiele geben. Ja, gut. Vielleicht werden wir irgendwann dafür sorgen, dass es mehr solcher Spiele gibt. Zusammen. Als Public Domain. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, damit könnte man keine Spiele machen, weil dann kommt ja nichts mehr rein. Und dann kann man die Schauspieler nicht bezahlen. Und die ganzen Programmierer auch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten an dem Konzept. Gut. Mit diesen wirren Gedanken lasse ich euch jetzt alleine. Ich wünsche euch alles Gute. Ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen dann können wir zusammen mit rätseln. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Und spätestens bis Freitag, den 12.03. um 18 Uhr. Tschüss.